Du hast in deinem letzten Interview einen Story Clip erwähnt, den ihr zusammen gedreht habt. Er heisst Opfer auf Moria ein Drittel und ist unter anderem auf YouTube zu sehen. Was habt ihr da eigentlich gemacht und welche Personen waren an dem Projekt beteiligt? Der Angelos Cecilionze war natürlich der Autor, das war der Ursprung von der ganzen Geschichte. Dann hat er Leute gefunden, die bereit waren mitzumachen. Das war Isabel, die Schauspielerin. Anton hat die Bilder ins Internet gebracht, also hat sie lebendig gemacht, hat sie ins Programm zusammengesetzt und den Clip zusammengestellt. Und wir haben alle sozusagen Einfluss darauf gehabt, wie das zum Schluss auszusehen hat. Das war wirklich eine schöne Gemeinschaftsarbeit. Der Einzige, der seine Arbeit ohne unseres Zutum gemacht hat, war der Angelo, weil er natürlich die Geschichte schon vorher geschrieben hat. Die ist geblieben. Kannst du dich noch an die Anfänge des Projektes erinnern? Wie bist du damals vorgegangen? Womit hast du begonnen? Also als erstes habe ich die Geschichte Opfer auf Moria gelesen und vorgelesen bekommen. Und sofort bei dieser Geschichte hat bei mir eine Idee entstanden, wie man das illustrieren könnte. Und dann habe ich begonnen zu zeichnen, auch mit Recherchen natürlich, wie die biblischen Gestalten ausgesehen haben, wie sie sich angekleidet haben. Und dann habe ich mich in die Geschichte reingestiegen und hatte ein festes Konzept, wie das eigentlich der Film aussehen sollte. Der Clip ist zwar nicht so geworden, wie ich das wollte, aber doch schlussendlich war ich auch zufrieden. Also es ist auch grundsätzlich so bei Malen und bei Schöpfen, dass die Geschichte ein bisschen anders ausgeht, als wenn man es am Anfang plant. Ihr musstet euch also auch auf Kompromisse einlassen? Ja, natürlich. Man hat so, vor allem ich, ich hatte mal feste Bilder, festen Filmablauf und musste mich auf Kompromisse einlassen können. Aber andererseits, das, was rausgekommen ist, war so schön und so anders. Also es sind auch viele überraschende Sachen drin, die ich meinte immer, das ist viel besser, als ich eigentlich gedacht habe. Und es geht auch nicht alles. Vieles ist auch rein technisch nicht möglich, was man sich vorstellt. Also da muss man sich auch mal mit den Grenzen abfinden können. Das stimmt schon. Welches war denn dein ursprünglicher Plan zu dem Projekt? Zu Beginn von mir war vor allem das erste Teil so geplant, dass die Geschichte mit meiner Zeichnung befolgt wird, erzählt wird. In dem das Strich für Strich eigentlich so, wie die Wörter fallen, so sollten eigentlich immer das Gesicht von Isaac oder von Abraham oder von dem Esel oder was auch dazu gehört, also mit entstehen, während des Erzählens. Das war mein erster, mein Plan. Und woran ist letztlich dieser Plan gescheitert? Ja, es wäre technisch nicht möglich aufhängig im Hintergrund. Es wäre zu sprunghaft, zu unruhig und es hätte nicht so funktioniert, wie ich das gesehen habe. In dem Clip, Opfer auf Moria ein Drittel, gibt es verschiedene Figuren, Abraham, Isaac und so weiter. Hast du die frei erfunden oder gab es reale Modelle, die du dafür verwendet hast? Ja, natürlich hatte ich Motive. Also nach dem Abraham suchte ich in den alten Filmen, die über die Geschichte gehalten haben, also vor allem Kleider und wobei mein Mann musste auch mal ein paar Mal modellen für ein paar Fotos. Dann für den Isaac, nämlich einen Sohn von meiner Kollegin, wobei der ist so ziemlich verfremdet worden, ich wollte nicht keine reellen Kindergesichter für diese Geschichte brauchen, weil es echt dramatisch für den Isaac, also inklusive der Akt des Tötens. Darum wollte ich ja nicht reelle Kinder, also reelle Figuren dazu nehmen, sondern Personen dazu nehmen, sondern es ist ein bisschen knixt und verfremdet. Dann gibt es noch einen Esel und Knechte in dem Clip. Wo hast du die her? Ja, die sind sehr schnell skizziert worden, also das ist ja, wie irgendwelche Figuren aus irgendwelchen, weil Kleider wollte ich schon, wusste ich nicht mal, wie in diesen Zeiten aussehen, also das ist echt nur mal schnell skizziert. In eurem Video kann man außerdem ein Feuer sehen, das an manchen Stellen auftaucht. Wie ist das eingebracht worden oder wurde das gedreht? Das war eine sehr schöne Geschichte. Wir waren am See in der Nacht und haben stundenlang das Feuer beobachtet und gefilmt und auch arrangiert. Mit dem Hintergrund, wie kannten wir die Geschichte, wie wussten wir es auszusehen hat und natürlich immer da ein bisschen Holz dazu gelegt und ein bisschen mehr Feuer. Schon mal das Feuer alleine war eine wunderschöne Geschichte. Also ich habe sehr schöne Erinnerungen dran. Die Kurzgeschichte Opfer auf Moria ein Drittel von Angelo C. Silenzio ist ja eigentlich eine Adaption und Variation einer Bibelgeschichte. In der Bibel bekommt Abraham auch einen Auftrag von Gott, nämlich er soll seinen Sohn Isaac auf einem Opferberg zu Moria opfern, um Gott seine Ehrfurcht zu beweisen. Und Abraham macht sich dann tatsächlich auf den Weg und ist im Begriff seinen Sohn Isaac zu opfern. Allerdings kommt dann im letzten Moment ein Engel dazwischen und hält ihn auf und gibt ihm zu verstehen, dass Abraham eigentlich seinen Teil oder den Wunsch Gottes nun erfüllt hat und er seinen Sohn nicht mehr umbringen müsse. Nun ist es ja so, dass in der Geschichte von Angelo C. Silenzio das Ganze ein wenig anders abläuft. Wie handelt Abraham in seiner Version? Der bringt den Isaac um, also folgt dem Befehl von Gott und ist überzeugt davon, dass er das Richtige tut und opfert den Isaac, wie der Gott das bevollen hat. Das ist ja eigentlich ungeheuerlich, ein Vater, der seinen Sohn ermordet. Und wie würdest du das für dich deuten, diese Wendung in A.C. Silenzio's Version? Für mich deutet die Geschichte darauf hin, dass der Gott wollte den Abraham prüfen, aber nicht, ob er gehorsam ist, sondern ob er Liebe und Mitleid empfinden kann und ob das Gefühl auch stärker sein kann als sein Pflichtbewusstsein. Und eigentlich hat er nach Liebe und nach Mitleid bei Abraham gesucht und wollte nicht Macht ausüben oder nicht seine Macht ausprobieren an Abraham. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Gott wollte eigentlich Abrahams Ehrfurcht gar nicht prüfen, sondern eher sein Mitgefühl. Wie äußert sich dies im Clip bzw. in deinen Zeichnungen? Also, vor allem hat man schon bei dem Gesichtsspiel zwischen Vater und Sohn, kurz bevor er den Sohn umbringt, dass der Sohn hofft, dass der Vater ihn verschont und auch der Vater selber leidet eigentlich darunter, dass er das macht. Und da ist schon mal der Kampf angedeutet. Und in einem Moment entscheidet sich, den Sohn doch umzubringen. Und dann kommt das Gespräch, das Dialog, was anfänglich während der Sohn auf dem Scheiterhaufen verbrennt, fängt dieses Dialog an, anfänglich ist es der Dialog zwischen Isaac und Abraham. Und dann stellt sich heraus, dass eigentlich der Gott alleine ist, der von Abraham vernichtet wird. Weil das Pflichtbewusstsein gesiegt hat und ich nicht Liebe und nicht das Menschen. AC Silenzius Kurzgeschichte hat somit etwas sehr Bibelkritisches und Provokatives an sich. Und du hast trotzdem für ihn diese Bilder gezeichnet. Kannst du das mit deinem Gewissen, mit deiner Moral vereinbaren? Doch, ich hatte selber eine Zeit, wo ich mir sehr, sehr kritisch mit der Bibel umgegangen bin, bis ich nach einer jahrelangen Abstinenz von Bibel, so wie eine andere Rücke gemacht hatte, ich habe die Bibel angefangen anders zu betrachten, mehr aus der abstrakten und tiefsinnigen Sicht. Also nicht nur als Geschichten, sondern als Sinn dahinten zu verstehen. Und ich meine, ich habe kein Problem damit, mich mit Themen, auch wenn es provokativ ist, auseinanderzusetzen. Ich finde es auch wichtig, dass man kritisch alles anpackt und keine Tabus hat. Man könnte die Geschichte aber auch so deuten, dass Gott Abraham absichtlich irreleitet und somit erscheint er eigentlich schlecht, beziehungsweise als ein böser Gott oder sogar als Teufel. Geht das nicht beinahe schon in Richtung Blasphemie? Das glaube ich nicht. Also ich meine, das ist eh der Gott stellt sich selber hin und riskiert, dass er auch verbrennt wird. Also der will selber zum Opfer. Das ist ein eigentlich sehr heldenhafter Gott. Also einer, der will, dass der Mensch versteht, was wichtig ist und riskiert seine Existenz. Angelon, du arbeitest ja noch an einem weiteren Projekt. Man könnte fast sagen, es sei euer Hauptprojekt. Kannst du vielleicht noch darüber etwas sagen? Ich meine, was macht ihr da genau und was ist geplant? Oh ja, der Angelon hat auch sehr viele Gedichte geschrieben, wird auch ein Buch herausgeben und wir sind immer noch am Zusammenarbeiten. Ich mag sehr gerne Illustrationen zu den Gedichten, die er schreibt, die beeinflussen mich sehr und die Zusammenarbeit, die bleibt auch hoffentlich noch lange bestehen. Du hast das Buch erwähnt, das ihr herausgeben wollt. Was ist das für ein Buch? Es ist eine Zusammenstellung von Gedichten und von Erzählungen von Angelo C. Silencio. Und was ist dein Anteil oder Beitrag zu dem Buch? Ich hoffe, da kommen meine Illustrationen auch mit drauf und vor allem mache ich den Cover. Das wäre ein Ölbild. Ich hoffe, dass ich den ganzen Prozess mit aufnehmen kann und auch in YouTube zu sehen wird. Also, dass es auch bei YouTube zu sehen wird. Ich hoffe, es klappt. Das wird sicher toll und wir freuen uns schon darauf. Ja, dann danke ich dir, liebe Yves Mair und hoffe, wir können bald schon wieder miteinander reden über das Buch, über das Fertige. Danke und auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!